Die Romana habe ich vor ein paar Jahren genau auf diesem Platz gelernt kennen. Im Rahmen ihrem sozialen Engagement hat sie eine Aktion angerissen und ich habe mitgekauft. Sie hat mich dann angesteckt, mit ihrer Energie und Begeisterung und ich habe sehr gerne mitgekauft. Bei Diskussionen überzeugt sie mich, mit ihrer faktenbasierten Art zu argumentieren und mit ihrer klaren Haltung. Das braucht es in der Politik. Darum gebe ich meine Stimme Romana. Untertitelung des ZDF für funk, 2017